und ich krieg Aids, ich krieg Aids man, Aids aber ich weiß nicht ob wir den bekommen können nein den kommen wir nicht der Bastard mann du Hurensohn und wie schon ein bisschen angesprochen würde ich gerne was anderes bringen außer QSG ähm da QSG scheiße ist nein bitte nicht nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht was hä was ist da los mann was ist da los es leckt und der hackt was ein wunder was ein wunder um QSG und zwar gebt mir einfach QSG schon langsam auf den Sack und ich weiß warum mann meine rott meine zwei gehen nicht nein wenn ich das jetzt verliere nein never komm oh ja bin oh ja bin